Die menschengemachten Machenschaften, die wirklich beispiellos sind, das alte Herrscher- und Ausbeutungssystem, führen uns somit geradewegs in einen Quantensprung des Bewusstseins und in eine völlig neue Sichtweise, wie wir uns selbst sehen. Und alles ruft in diesem Moment förmlich nach einer neuen Welt, einer neuen Vision, in der das gemeinsame Miteinander wichtiger ist als Ausbeutung, Kontrolle und Herrschertum. Wenn wir auf der einen Seite die Auflösung der alten Ordnung erleben, erleben wir auf der anderen Seite oder auf der anderen Zeitlinie den Quantensprung des Bewusstseins. Zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir erkennen die beiden Seiten und wir sehen im Moment der Erkenntnis alles mit anderen Augen und selbst die anderen, die gesamte Welt, ja sogar den Kosmos.